Ja, meine lieben Serienfreunde, was soll ich euch sagen? The Witcher, Staffel 3, Part 2, ist bei Netflix online. Und ich sag, danke Netflix. Danke für nichts. Danke wirklich für überhaupt nichts. Sag mal, was hab ich mir da angesehen? Was ich mir da angesehen hab und was ich davon halte, das verrate ich euch jetzt in diesem Video, was irgendwie eine Art Kritik ist, aber eher nicht so eine Kritik Richtung Serie, sondern fast schon eigentlich eine Kritik gegen Netflix. Ja, meine lieben Serienfreunde, die komplette dritte Staffel zu The Witcher ist nun endlich bei Netflix am Start. Und das bedeutet, wir müssen über die letzten drei Episoden sprechen, denn die ersten fünf Episoden, die haben wir schon besprochen in einem anderen Video, verlinke ich euch am Ende in der Endcard, hat immer noch Bestand. Nun sind die letzten drei Episoden draußen und das heißt, wir müssen diese Serie kritisieren. Aber ganz ehrlich, ich hab vor einer Woche ungefähr die letzten drei Episoden schauen dürfen und war danach ziemlich genervt und deshalb ist das hier keine typische Kritik, die ein bisschen ausgewogen daherkommt, wo ich sogar sage, hey, The Witcher kann unterhalten. Nein, das hier ist eher eine Kritik gegen Netflix in Bezug auf The Witcher Staffel 3 oder auch grundsätzlich diese Serie. Denn Leute, ich bin wirklich, wirklich genervt. Nicht nur, dass ich erst ab heute darüber sprechen darf, sondern auch, weil Netflix sich angewöhnt hat, so kurze Serien rauszuhauen und dann auch noch sie zu zweiteilen. Ich meine, The Witcher hat pro Staffel acht Episoden und dann teilst du das in der Hälfte, bringst die eine Hälfte im Juni und die andere Hälfte im Juli und endest auch nicht mitten in der Hälfte, sondern nach fünf Episoden? Also das ist ja eh schon mal komisch. Wenn dann wenigstens die letzten drei Episoden so ähnlich daherkämen wie Stranger Things, also da hat man das ja auch zweigeteilt und die letzten zwei Episoden waren dann fast schon wie so richtig große Filme, dann wäre es gut. Aber das hat man bei The Witcher nicht getan. Nee, bei The Witcher kommen dann so drei Episoden um die Ecke, wo du dir so denkst, ja, hey, jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Also du teilst auf jeden Fall eine Serie, das nervt mich, finde ich kacke. Aber dann sind diese drei Episoden, die man dann noch zu sehen bekommt, auch noch nicht mal wirklich gut. Also klar, diese komplette Serie ist leider nicht wirklich gut. Aber diese letzten drei Episoden, warum hat man das getrennt und warum hat man überhaupt diese dritte Staffel so aufgebaut, so dass man am Ende denkt, ja, das war schon ein bisschen lame, oder? Also, okay, spulen wir kurz zurück. Die sechste Episode, die ist eigentlich noch ein guter Auftrag. Ist ja fast schon finalwürdig, jedenfalls im Rahmen von The Witcher. Da passiert was, da ist viel Action, da werden Leute umgebracht, da gibt es Magie, da wird wirklich was gezeigt, wo man sagen kann, okay, hier ist ein Unterhaltungswert drin. Auch wenn man sagen muss, dass da sehr, sehr viele Logiklöcher drin sind. Mal wieder. Ich meine, man springt von A nach B, als wäre es nichts und irgendwie kommt nicht wirklich Spannung auf und man hat auch so grundsätzlich ein Problem damit, Angst um den Charakter zu bekommen. Also ich meine, keiner der wichtigen Charaktere ist da wirklich gefühlt in Gefahr. Aber immerhin bekommt man ein bisschen Action. Und danach plätschert die Serie in Episode 7 und 8 irgendwie vor sich hin. Klar, Siri bekommt noch ein bisschen Entwicklung und sogar noch eine Action-Sequenz mit ein paar Piraten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber sind wir mal ehrlich, das wirkte schon wieder ein bisschen sehr, sehr stark konstruiert. Und auch irgendwie nicht wirklich spannend. Es war so, so, so emotionslos und so gestellt, wie es aber leider viel zu oft in der Serie passiert. Und grundsätzlich, diese letzten zwei Episoden wirkten so, als wäre den Autoren einfach nichts mehr eingefallen, was sie hätten gut erzählen können. Ich meine, dann liegt dann Geralt die ganze Zeit oder die halbe Zeit in dem Bett, ist völlig fertig und am Ende kriegt er noch mal einen kurzen, ja, Fight, der aber völlig uninteressant und unwichtig ist, auch wenn er zeigt, wohin sich Geralt entwickelt hat und dann geht er gern Sonnenschein. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Showrunner zu dem Zeitpunkt, wo sie das gedreht haben, wussten, dass Henry Cavill danach aussteigt. Aber es war so ein Ende, wo ich gedacht habe, also für ein Staffelfinale ist das ziemlich, ziemlich langweilig. Ziemlich uninspiriert. Also ich meine, wenn die sechste Episode mehr wie ein Finale wirkt, als die achte Episode, die eigentlich das Finale der dritten Staffel ist, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Alles ist langatmig und man scheißt auf Sinnigkeit. Ich meine, Jennifer springt immer von A nach B, ohne als wäre da wirklich ein großer Weg dazwischen und als wäre es wirklich relevant, wie die Abläufe eigentlich miteinander verstrickt sind. Also es ist immer so, da wo ich gerade den Charakter brauche, da setze ich den kurz hin und danach ist er wieder verschwunden. Und der Ablauf dahin wirkt einfach nur konstruiert. Und auch immer, wenn es zu Actionsequenzen kommt, wirkt es so, als hätte man gar keinen Bock, das vernünftig zu schreiben. Und das ist ziemlich schade. Aber kommen wir zu meinem Anliegen zurück. Netflix nervt mich einfach nur noch und das sieht man richtig gut an der Serie The Witcher. Ich meine, mal ganz ehrlich, du hast eine Serie, die von Anfang an eher schwammig aufgenommen wurde. Wobei die erste Staffel vor allem ja eigentlich nur dafür kritisiert wurde, wie man es zeitlich erzählt hat. Die zweite Staffel hat aber überhaupt gar keinen richtigen Drive gehabt und die dritte kam wenigstens so ein bisschen im Lauf wieder. Aber so richtig Witcher war das dann am Ende auch nicht. Und dann hörst du als Konzern, dass Henry Cavill unzufrieden ist und aussteigen will. Und lässt ihn aussteigen und ersetzt ihn mit Liam Hemsworth. Haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber du ersetzt ihn mit Liam Hemsworth. Statt die Showrunnerin auszutauschen, die ja dafür verantwortlich ist, dass The Witcher so ist, wie es ist. Ich meine, du hast zum einen einen Hauptdarsteller, der sich komplett für das Originalmaterial interessiert und dem man zutrauen würde, auch wirklich eine gute, düstere Fantasy-Serie abzulefern über einen grummeligen Hexer. Und auf der anderen Seite hast du eine Showrunnerin, die auf das Ursprungsmaterial oft scheißt und eine Serie entworfen hat, die teilweise in sich nicht stimmig ist und es nicht schafft, irgendwie Emotionen und Spannungen heraufzubringen. Ich habe nicht einmal das Gefühl in dieser Serie, dass irgendjemand sterben könnte, dass irgendetwas Schlimmes passiert, dass jemand in Gefahr ist. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann hast du den Job einfach nicht richtig gemacht. Und dass Netflix das noch nicht mal nach einer Serie wie Blood Origin verstanden hat, wo klar ein anderer Showrunner zuständig war, aber der arbeitet ja mit der Showrunnerin zusammen, auch an The Witcher, zeigt einfach, wie Netflix einfach keinen Plan mehr hat. Wie Netflix einfach nur machen lässt, ohne Sinn und Verstand. Ich meine, wären die Hauptcharaktere mit ihren Darsteller, Darstellerinnen nicht, hätte ich gar keinen Bock mehr auf diese Serie. Und ganz ehrlich, wie Geralt letztendlich jetzt sich aus der Serie verabschiedet in Form von Henry Cavill, ist für mich auch gefühlt das Ende. Ich werde mir natürlich Liam Hemsworth mal anschauen. Auf jeden Fall. Aber nicht nur, dass man verpasst hat, einen bestimmten Moment, wo Geralt am Ende war, zu nutzen, um vielleicht auch den Face Swap hinzulegen. Nein, man hat es auch verpasst, wirklich einfach eine gute dritte Staffel, zweite Hälfte zu erzählen. Warum? Also, wie schlecht muss man in seinem Job sein, um ein Ursprungsmaterial, was wirklich viel zu bieten hat, so umzusetzen? Klar, auch in den Büchern ist es so, dass zum Beispiel dieses Politische nicht so richtig durchleuchtet wird, weil es wird halt aus Sicht von Geralt erzählt. Aber, wenn du das dann in eine Serie transformierst, musst du eben auch die Zuschauer mitnehmen. Und selbst das wird nicht gemacht. Ich habe bis heute nicht richtig, durch die Serie zumindest, ich habe das Spiel gespielt und verstehe es deshalb einigermaßen, durch die Serie nicht einmal so richtig transportiert bekommen, welche politische Parteien da jetzt eigentlich so richtig existieren und wie die zusammenhängen. Was die für Königreiche haben und was jetzt eigentlich die echte Bedrohung ist. Und ich habe auch bis heute nicht so richtig verstanden, warum Ciri überhaupt so wichtig ist. Ich meine, die wilde Jagd, haben wir mal ganz kurz angeteast, aber irgendwie ist da ja auch nicht mehr viel passiert. Wie kann man so guten Grundstoff, auch wenn er jetzt nicht perfekt geschrieben ist, so miserabel in Serienform umsetzen? Ich meine, Game of Thrones hat das vorgemacht, wie man eine politische Welt aufbauen sollte. Aber das hat man hier komplett versäumt. Und obendrauf kommen dann eben noch die billigen CGI-Momente und halt so Momente wie in Folge 6, wo sie alle kämpfen und du denkst dir, ja, aber irgendwie wirkt das wie so ein Schachbrett, als könnte man jetzt einfach Figuren mal ein paar reinbringen, dann laufen die kurz raus und draußen auf dem Flur passiert natürlich nichts. Es ist einfach billig. Es ist einfach nur noch billig. Und das für eine Serie, die ursprünglich mal bestellt wurde, um so das nächste Fantasy-Ding zu werden. Wir entscheiden, wie wir weitermachen. Wir werden die Letzten sein, die Fallen. Dessen bin ich mir sicher. Ich werde sie dafür büßen lassen. Ja, ich hätte auf jeden Fall gerne eine großartige Fantasy-Serie und ich glaube fest daran, dass Henry Cavill als Produzent-Showrunner es besser gemacht hätte. Ja, vielleicht ist er ein bisschen zu nerdig. Aber ganz ehrlich, ich habe lieber einen, der sich für das Originalmaterial einsetzt und und Bock hat, gute Storys zu erzählen, als jemanden, jemanden, die irgendwie so ganz seichte, billige Fantasy macht. Fantasy, wo die Abhandlung der Story wirklich lieblos wirkt, wo keine Spannung aufkommt und ohne den Hauptcast, wo jetzt auch noch einer der wichtigsten geht, es gar nicht funktionieren würde. Ja, ich bin enttäuscht von dieser Serie und deswegen ist es auch nicht so wirklich die Kritik für Part 3, ach Part 2 von Staffel 3, sondern eher eine Kritik auf das Gesamtkonstrukt, was Netflix uns da bietet. Ey, ganz ehrlich, ich hoffe, One Piece, die Serie wird besser. Aber das, was man jetzt hier mit Witcher getrieben hat, auch zuletzt, ist leider schade. Und das, obwohl die erste Hälfte der dritten Staffel doch einige paar gute Momente hat, auch das Konstruierte und so, aber es gab ein paar gute Momente, die so ein bisschen hoffen ließen. Aber wenn es so weitergeht, wie jetzt auch in den letzten drei Episoden, sorry, das habe ich selbst in den 2000ern schon besser gesehen. Da hätte ich sogar lieber eine neue Staffel von Legends of the Seagull. Da war wesentlich mehr Spannung und unglaubhafte Abläufe drin, als das, was in The Witcher passiert. Und das ist wirklich, wirklich schade, weil die einzigen Story, die einzelnen Story-Arcs der Charaktere sind wirklich, wirklich cool. Ich habe eigentlich Bock, denen zu folgen, aber das, was im Gesamtpaket draus gemacht wird, ist so zusammengewürfelt, dass es einfach keinen Spaß macht. Und dann wird so eine dritte Staffel mit nur acht Episoden einfach mal geteilt und die letzten drei Episoden siechen so vor sich hin, dass man einfach keine Lust mehr hat. Wie seht ihr das? Sorry, dass ich so ein Video machen muss, aber ich bin genervt. Eure Gedanken gerne mal da unten rein. Das war es mit dem Video. Bis dahin. Cheerio. Das war es mit dem Video.